So was geht, willkommen zurück, wie versprochen, neben Quest 2, finde Beweise für den Startstreich, Abfahrt. Aber ich bin gerade überall hier gelaufen eigentlich, wo, ah, ich bin an der, an, ganz an, äh, hier bin ich. Also ich gehe mal davon aus, dass ich nicht hier lang muss, ne, genau, ich muss jetzt nicht da lang, da geht es zu Urt, da kam ich her, oder? Also hier geht es nicht lang. Hier rein? Von dieser Seite nicht, äh, zu öffnen. Ach, dieser scheiß Bogenschütze schon wieder, ne? Dieser fucking Bogenschütze mit seinen Snipes. Ach, als ich verloren hatte. Ne, ne, war nicht unfair, du lernst halt, ne? Du musst halt immer die Gegner erstmal lernen. Du musst immer erst mit dem Gegner lernen. Diese war da schon wieder ein fucking Bogenschütze. Ich bin gespannt, wie es in der Aufnahme aussieht, weil, da war kurz mehr das Bild weg. Oh, hier geht es nochmal höher. Hier geht es nochmal höher. Ich würde mal sagen, ganz nach oben ist erstmal eine gute Idee, oder? Wenn ich was verstecken wollen würde, würde ich es ganz oben verstecken. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er kommetisch? Das war's. Hallo Rolf, warst du zwischenzeitlich deine Freundin abholen und ich hab das verpasst oder was war? Ich weiß gerade nicht, wo wir langen sollen. Ich hätte gedacht, nach oben gehen wäre eine gute Idee, aber anscheinend ist da nix. Aber hier ist halt Sackgasse. Okay, vielleicht gibt's hier noch einen anderen Weg. Da will ich ja rein. Nee, 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 nee. Ich muss hier lang. Oder hier rein. Okay, beide Wege nicht. Der geht nicht. Und der geht nicht. Okay, da muss ich hin. Bestimmt kann ich von oben da hinspringen. Logische Schichten, Mann. Kann ich denn hier irgendwo... Ach guck mal, hier kann ich wieder runter. Ah ja, aber ich bestimmt hier runter. Und da, guck mal, da sind wir doch richtig. Was sieht denn gut aus? Okay. Da, guck mal, da sind wir doch nicht. Okay, so Network. Du bist ja schon. Okay. Du bist ja schon. Du bist ja schon. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Schlüssel zum Plaza benötigt. Das sieht doch gut aus. Die haben fast keinen Knockback. Und die machen dann nach der Kombozone... Ah ich kann mich nicht mehr heilen. Das macht mich sauer. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das ist unglaublich. Der kriegt keinen Knockback. Ich hasse den Gegner. Was ist das denn? Guck mal. Das juckt denn alles gar nicht. Hast du den Gegner so sehr? Schlüssel zum Plaza. Dann brauchte ich den auch noch. Zauer. 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 Das war's. Das war schon wieder ein Bogenschütze. Ich kack ab. Das war's. Das war's. Du bist dran. Du bist dran. War hier oben was? Du könntest hier runter sprengen, glaube ich. Nee, kann man nicht. Dann ist hier echt nur der Bogenschütze. Ey, war ich hier nicht schon mal? Also wenn das nicht der Big Boss ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. 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 du hast die beweise oder gib es doch zu prekoll completed das ist es doch das ist es doch nebenquests geschafft moin leo wie geht's wie steht's da gibt es doch jetzt bestimmt noch ein boss leute da gibt es noch ein boss vollständige erinnerung nee das war es 5 4 3 1 haben alles jetzt levelen kraft einer schule kommt natürlich level es gibt sowas wie eine maximalstufe ich habe keine ahnung was die maximalstufe ist aber es gibt höchstens 24 talente das ist auch ein bisschen doof jetzt können wir noch mal reingehen in die alchemie alter gibt sie viel kann man sortieren leben ich habe gar nichts doch habe für leben 16 65 energie scheiß drauf stärke 7 7 nein falsch ja das geht schnell das geht schnell ja talent habe ich keine mehr keine ahnung wie das geht und das hier war solchen waffe level up rein da oh gott da da wird es dann geil oh ne hier wird es schon geil mir geht's gut mein bester mir geht's gut jetzt gehen wir rein in die äh trofäenanalyse 16 trofäen fehlen noch reinige trofäenanalyse dann macht ihr hier auf nicht erhalten erreiche alle enden aha es gibt also noch ein ende dafür müsste ich ja nur korvus nochmal besiegen stelle ein trank zum ersten mal her stelle ein trank zum ersten mal her ja was heißt das nein ja Stelle einen Trank zum ersten Mal, ja das ist doch verbuggt. Das müsste man ja sofort am Anfang bekommen. Hier ist der Trank, ja stellen. Bei Raab von Erfolgen weiß ich ausfindig nicht. Also das scheint, also das ist doch verbuggt Leute. Lasst es mir in den Kommentaren wissen, wenn ich hier irgendwas falsch mache. Sammle alle Trankzutaten, okay. Sammle alle Trankrezepte. Sammle sämtliche Chroniken, alter Schwede. Sammle alle Storyteile. Beschafft alle Einträge in der Sammlung. Entleere im Tutorial Wachs ersten Grundrechtsbalken. Okay. Wird zu zwingen einen beliebigen Boss ohne Tränke einzusetzen. Okay. Erreiche die maximale Stufe. Macht des Schwarzbluts. Erreiche das Macht des Schwarzbluts Ende. Erreiche das Segen des reinen Blutes Ende. Alter, wie viele Enten gibt es? Alter, wie viele Enten gibt es? Zerstöre tausend Fässer. Okay, die Enten könnte ich auf jeden Fall noch verarmen. Der Rest klingt mir ganz schwierig ohne Guide. Vor allem, wenn ich daran denke, alle Storyteile und so zu finden. Nochmal durch das Bäume mehr durch. Überall, alles abforsten. Alter, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Schade, ich hatte gedacht, das gibt jetzt eine Trophäe. Ich dachte, das gibt eine Trophäe. Hier reinkomme ich nicht. Ich muss erst Corvus wieder besiegen. Ja, ich muss Corvus besiegen. Und das bedeutet übrigens auch, dass es kein NG Plus gibt. Und das ist ein NG Plus. Untertitelung des ZDF, 2020 Nachdem kann ich nicht blocken Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die Frage Wie mache ich jetzt die Enden? Die Hermes an... Alter, das gibt es alles! Das ist die Frage... 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 Also irgendwie geht die Tür nicht auf... Das ist die Frage... Das ist die Frage... Das macht keinen Sinn... Das hier macht auch keinen Sinn... Das ist die Frage... 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 Das war's. Deswegen gibt's wahrscheinlich auch dann eine Maximalstufe, weil wenn du dann jedes Mal wieder killst und jedes Mal wieder 10k bekommst, für die ganzen Enden. Das war's. 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 wahrscheinlich zwei reine herzen einfach das wäre dann wag und urt beides aus der hermes festung ok noch mal rein in die olga ich finde es eigentlich schade dass sie kein ng plus erteilen obwohl es so schon bockschwer und man kriegt am ende aber nicht mehr so viel selen holen ist schon okay so wie es ist wenn ihr dann noch vielleicht ein dlc rausbringen mit zwei neuen gebieten super super bin ich early gut 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 Okay. Oh, there must be a more. Man, ich versuche das jedes Mal zu blocken wie so ein Duffy. Man, ich versuche das. Und jetzt zwei reine Herzen. Warg und Urt. 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 Erste Form, danke. Ich versuche, den jedes Mal zu blocken, den Trottel. Ich versuche, den Trottel. Jetzt zwei Schwarze Herzen. Odur, Narrengott und Höllenklang sind Schwarze Herzen. So, Odur und Narrengott. So, Odur und Narrengott und Höllenklang sind Schwarze Herzen. Macht das Schwarze Herzen. Jetzt fehlt nur noch eins. Oh Junge, vier Enden gibt es Leute. Ihr müsst Corvus also mindestens viermal besiegen. Ich frage mich auch, was das Max-Level ist. Einmal Corvus, das machen wir auch noch schnell. Komm Leute. Ich bin jetzt einmal drin. Kriegen wir schnell. Okay. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und das letzte Ende. Wir brauchen reines und verschmolzenes oder schwarzes. Also nehmen wir Waag, Waag und die Königin. Waag und die hängende Königin. Das gab kein Ende. Reines und verschmolzenes oder schwarzes Herz. Reines und verschmolzenes. Was habe ich denn gerade genommen? Waag und die hängende Königin. Ist rein und verschmolzen. Da war nicht geklappt. Mal kurz gucken. Macht der Läuterung. Macht der Läuterung. Macht der Läuterung. Um, on a... Macht der Läuterung. Ja, das bringt ja viel. Oh Mann, ey. Ja, das bringt ja viel. Oh Mann. Okay. Okay. Mutate it. Odor. Odor und Königin. Keep holding the button Joystick. Hier steht, man soll den, man soll... Alter, das verstehe ich ja gar nicht. Was ist das denn? Ist das verbuggt oder was? Back wie Rücken, muss ich einfach nur sagen. Geil. Ja, schön, dass du wieder da bist, Billy. Endlich Wochenende. Yes. Wir versuchen das jetzt nochmal. Ich kill den jetzt nochmal. Ist mir scheißegal. Oh, ich habe 16k. Die sollte ich vielleicht mal eben ausgeben. Was soll das heißen? Keep holding the button, Schrägstrich Joystick to move up during the Cutscene. Also einfach nach vorne laufen weiter. Don, ich habe eine Menge Karten. Oh. Oh, ich habe ja gar nicht. So. Ich habe eine Menge Karte, um. Nao. So. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Deswegen. Das war's. 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 Das war's.